Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Transport Viewer. Ich muss diesen Film hier nachvertrauen, da die Aufnahme irgendwie nichts geworden ist. Also die Aufnahme ist schon, aber der Ton halt nicht. Ich fürchte, ich habe das Mikro versehentlich abgeschaltet. Aber gut, in dieser Folge möchte ich die Linien ein wenig verbessern, sprich die Gleise oder Gleisführung. Denn so ganz optimal läuft es halt nicht. Hier sieht man das, auf der einen Seite, oder über die Brücke gehen halt zwei oder vier Gleise lang und nur zwei davon werden genutzt. Die ganz linke überhaupt nicht, wenn sie dann im Zug schon kommen. Und der könnte theoretisch halt auch über dieses linke Gleis fahren, was er überhaupt nicht tut. Naja, gut. Ja, hier sieht man nochmal die Monatlichen, die jährlichen Kosten. Und wie man sieht, bin ich dort wieder in den grünen Zahlen. Nicht sehr weit, zwar. Ah, jetzt haben wir jetzt gleich Ende des Jahres. Ja, lass mal schneller laufen. Damit das schneller weg ist, wie das wir weitermachen können. Okay, dann mach es halt mal auf die rechte Seite. So. Dort sehen wir schön, das eine Gleis wird völlig ignoriert von den Zügen. Und eine der Züge oder eine der Linien muss jetzt halt auf dem rechten Gleis laufen. Damit es weniger Staus gibt. So. Ja, das stellen wir mal auf an. Reicht aber noch nicht. Der Zug fährt immer noch nach links. Ja, da vorne hinschauen bringt gar nichts. Oh, bin nicht viel... Ne, bin im Plus gewesen. Cool. Sehr schön. Ja, Geschwindigkeit wieder auf normal. Da hält auch schnell der Zug an. Tja, das ist natürlich doof. Wenn der auf der anderen Seite fahren würde, würde das nicht passieren. Und da kommt der Gegenzug. So, was macht man da jetzt am besten? Was machst du jetzt? Das Signal wird auch nicht viel bringen, vermutlich. Na komm, jetzt setzt es endlich. So. Wie man sieht, bringt es nichts. War auch nicht zu erwarten gewesen. Eigentlich bringt es nur was, ihm ein anderes Terminal zuzuweisen. Was ich jetzt auch gleich machen werde. Wenn ich denn mal zu Protokomm. So, Gleis, was ist das? 8 ist nicht belegt. Ja, genau das. Und die anderen werden doppelt genutzt. Sowieso doof. So. Okay. Jetzt würde ich ganz gerne die Linien endlich nochmal haben. Jawoll. Und wie wir sehen, nutzt er jetzt das richtige Gleis. Sehr schön. Klasse. Gut. Das ist damit abgehandelt. Dann können wir gleich weitermachen. Oh Mann. Die Linien sind aber auch noch ganz schön rot da auf der linken Seite. Also schwarze Zahlen sind da noch nicht wirklich zu erkennen. Aber gut. Auf jeden Fall ist der Gewinn schon wieder bei 900 Millionen. Da werden wir die Billionen bald wieder erreichen. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir waren glaube ich zwischendurch irgendwie schon auf 800 Millionen runter. Von 1,2 Billionen oder so. Also da hat sich schon einiges getan. So. Nun sind wir hier wieder in Berlin. Dort habe ich auch schon etwas verändert gehabt. Und zwar diese gelbe Linie da. Das ist RE vom Rieland müsste das sein. Ähm. Mal schauen. Wo bin ich denn langfahren? Genau. Hier. Da fährt er ja dort im Innengleis lang. Und hier war ursprünglich der Zug auf ein anderes Gleis gegangen. Wo dann dort unter der Brücke praktisch eine Haarnadel war. Oder ja. Eine Engstelle. Und dort habe ich halt ein neues Gleis dem Zug gegeben. Oder der Linie gegeben. So dass die nun dort daneben fahren können. Und halt viel leichter unter der Brücke durchfahren. So. Ja. Außerdem habe ich den Zug verändert. Ich habe dem einen Waggon mehr gegeben. Jetzt wird er ja kuriose Weise nicht mehr voll. Vorher standen die Personen auf den Bahnhöfen Open End. Was vermutlich auch daran lag. Dass die halt immer hier gestoppt haben. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Vielleicht hätte ich denen keinen Waggon mehr geben müssen. Weil ich das jetzt schneller fahren. Ja. Hier sieht man auch. Er hat auf der rechten Seite ein neues Gleis bekommen. Dass er die alte Strecke mit diesen drei Linien die dort schon drauf sind nicht mehr nutzen muss. Ja. Das ist schon deutlich besser. Da kommt gerade der Gegenzug von der selben Linie in dem entgegen. Und das läuft jetzt so. Und jetzt haben wir einen zweiten Teil. Und zwar möchte ich einen Zug hier noch lang fahren lassen. Der ursprünglich Gerlingen Brilon Bonn fährt. Ja. Genau. Da endet er. Ähm. Der bezieht halt die. Oder die Produkte die Gerlingen und Brilon haben möchte. Werden halt komplett über Bonn geliefert. Und Bonn ist so ziemlich die letzte Stadt. Äh. Auf dieser Karte da vorne. Nämlich da. Und so viel kann Bonn gar nicht liefern. Als dass hier zwei Städte mit beliefert werden. Jetzt mal abgesehen von den Baumaterialien vielleicht. Denn die sind in Massen vorhanden. Aber selbst Lebensmittel für Bonn ist eher dürftig. Sodass man nicht erwarten kann, dass da noch weitere Städte damit in irgendeiner Weise beliefern könnte. Also das funktioniert nicht. Sodass der Zug, der unter anderem auch nach Bonn fährt, jetzt auch demnächst nach Berlin fahren wird. Dorthin. Genau. Um von dort die Lebensmittel zu bekommen, die wir ja in den vergangenen Folgen schon aus Richtung Leipzig war das glaube ich. Ähm. Oder von Richtung Leipzig uns haben liefern lassen. So. Die werden ja nach Dresden geliefert. Und von Dresden können sie dann auch wieder hier auf diesem Bahnhof geliefert werden. Gut. Dann wollen wir das mal eben anschließen. Ne? Wird's noch was heute? Ja gut. Ich habe die Lebensmittelführung etwas geändert. Damit das Gleis dort angeschlossen werden kann. Genau. Dann ziehen wir das mal rüber. Was? Was jetzt noch? Wieso ziehst du das nicht rüber? Ich muss dann gucken. Achso. Ja okay. Die Geschwindigkeit des Zuges ist noch interessant. Ich könnte ja auf das zweite Gleis mit rauf gehen. Also da liegen ja schon zwei Gleise. Da könnte ich eigentlich mit rauf. Ähm. Sofern die Züge annähernd die gleiche Geschwindigkeit haben. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Ähm. Was jetzt noch? Ach der Zug ist zu alt. Okay. Ich mache alles kreuz und quer hier. Manchmal das eine zu viel enden. Mache ich jetzt mal was anderes noch. Na gut. Welchen Zug nehmen wir denn? Wir hatten vorher diesen gehabt. Der hat auch einen geringen Nebenkosten gehabt. Also jährliche Kosten sind relativ gering. Allerdings auch die Zugkraft ist sehr gering. Und der Zug erreicht noch nicht mal seine 120 kmh die er hat. Ja. Gut. Dann muss er auf jeden Fall getauscht werden. Mal schauen ob wir da was schnelleres hinkriegen. Sofern. Ja. Der Speicherpunkt mal wieder durch ist. So. Ich muss unbedingt an denken den Speicher. Äh. Den Autosave zu verändern. Mhm. Der Zug ist gleich bisschen übertrieben mit 200 kmh. Der ist hier zu langsam. Was haben wir denn noch? Die kosten alle zu viel. Das geht gar nicht. Ich meine der macht ja jetzt schon Minus. Was sollen wir da schon. Acht Millionen nur für die Lok ausgeben dann wieder. Das wäre auch alles Blödsinn. Äh. Das ist ein Fickzug. Den kannst du nicht nehmen. Was haben wir noch. Die sind alle zu schnell. Völlig unnötig. 140 kann der. Okay. Das wäre schon in Ordnung. Mal gucken was gibt es denn noch. Hm. Was scheiße da noch. Ah. Der blaue da mit dem Kargo. Der wird auch schön. Ja. Genau der. Der sieht doch nicht schlecht aus. Ja. Ich weiß es. Der ist ja gleich wie der grüne. Aber im blauen sieht er schöner aus. Genau. Den nehmen wir mal. So. Was jetzt? Lockern wir schon. Genau. Jetzt kommt die Gütter ran. Fangen wir mal ein bisschen unten an. Ja. Ganz nach unten. Die hatten wir auch vorher schon genommen. Die können einiges außer Lebensmittel. Und irgendwelche Rohstoffe oder Treibstoffe kann er auch nicht mitbeliefern. So. Na. Kommen wir nochmal ein. Die lassen wir diesmal aus. Größtenteils haben wir sich ja mit dem schon abgedeckt. So. Was machen wir jetzt? Ja. Wir brauchen noch ein bisschen was. Da. Da können wir den Baustoff mitbeliefern. Das ist super. Eins. Zwei. Und. Noch einen dritten. Na komm. Nehmen wir noch einen dritten. Jawoll. Nehmen wir noch einen dritten. Gut. Die könnten wir eigentlich wieder auslassen. Wir haben ja eigentlich schon genug von denen. So. Die lassen wir auch mal aus. Die hatten wir vorher auch verwendet. Aber ist eigentlich unnötig. In dem Fall. Das sind auch nur Baustoffe. Die haben wir schon. So. Die fahren nur 100. Der fährt 120 oder was. Ne. Oh. Der kann aber genug mitnehmen. Okay. Ähm. Falls ich irgendwie falsche Angaben mache. Wegen Geschwindigkeit. Ich sehe das im Moment auf dem kleinen Bildschirm. Ähm. Weil mein PC das besser verarbeiten kann. Ich kann das von hier aus nicht mehr so richtig erkennen. Wie ob ich wirklich 124. Aber ich glaube der kann 120 fahren. So. So. Dann. Ja. Dafür brauchen wir auch noch ein paar für Lebensmittel. Was. Wie viele haben wir genommen? Davon haben wir zwei genommen. Der kann auch Lebensmittel nehmen. Die können eigentlich alle Lebensmittel nehmen. Na komm. Hören wir noch welche mit Treibstoffen mit. Dafür. Jawoll. Der ist hübsch. So. Wenn wir noch den weißen. Der war noch schön. Ne. Keinen schwarzen. Oh. Der grüne. Der geht auch. Ah. Der weiße. Sehr schön. Gut. Ist das erledigt. Und dann werden wir den mal austauschen gleich. Oh man. Der ist ganz schön teuer. Aber was muss. Das muss. Ja. Kannst. Zumachen. So. So. Wie schnell war jetzt der Zug nochmal gewesen? Schau nochmal nach. Bevor du den da drauf machst. Na komm. Jetzt mach keinen falschen Fehler hier. Na wo ist er denn der Zug? Da ist er nicht. Genau. So. Da ist er. Und der fährt viel zu schnell. Bist du dir eigentlich sparen können. Dass er schneller ist als der Güterzug war ja eigentlich schon von vornherein klar. Deshalb. Werden wir ihm mal ein eigenes Preis geben. Na komm. So. Einmal nach oben ziehen. Noch ein Stück weiter bitte. Und dann müssen wir irgendwie da rauf. Hoffentlich geht das. Idealerweise einfach gerade drauf. Na komm. Ja. 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 Das wäre eine Möglichkeit. Aber da kommen wir nicht schnell genug rauf. Hm. Okay. Okay. Dann muss da was hergenommen werden. So. Perfekt. Du hast es schön hingekriegt. gut. Jetzt musst du noch die Linie verändern. Ja. Okay. Das geht. Sehr gut. Gut. So. Das kommt weg. Genau. Da hat sich nichts geändert. Großartig. Der PDM noch da hinten dran. So soll es sein. So. Und nun die Linie bitte. Ja. Das ist die 3. Also von der 3 geht es dann nach unten auf die 4. Das ist die 3. Ja. Genau. Die 3. Die klickst du mal eben an. Und da auf unten ziehen. Dorthin. Perfekt. Genau. So wollen wir es sehen. So. Was willst du jetzt noch? Ah. Der fährt nicht richtig. Okay. Ja. Das ist natürlich schlecht. Der soll da ja nun überhaupt nicht lang. Genau. So. Na. Wo ist es denn? Treffen muss man auch noch. So. Jetzt passt es. Da reicht auch ein Glas. Äh. Ein Glas. Ein Gleis im Moment. Weil es ist eh nur ein Zug. Warum mehr? Ist eigentlich völlig unnötig im Moment. So passt es. Mhm. Und jetzt? So. Was machen wir jetzt? Streckenführung mal schauen. Gibt es noch andere Strecken die nicht in Ordnung sind? Da ist alles okay. Gut. Da sind ja eh nicht viele Züge unterwegs. Was soll da auch passieren? Solange dort alle zwei Bahn nicht fahren ist alles in Ordnung. Am besten wir gehen mal auf die andere Seite. Hier ist nichts. Gehe über den großen Teich rüber. Und dann auf die andere Seite. Ja. Elling wird eh nur mit Schiffen beliefert. Da ist das völlig egal. Hm. Aber all zu viel kriegen sie nicht. Okay. Das könnte man eventuell auch mal ändern. Vielleicht ein paar andere Schiffe noch mit einsetzen. Das ein paar andere Waden rüber getragen werden. Aber nicht jetzt. Gut. Also wo sind wir hier? Das könnte Kiel sein. Das ist Kiel. So. Was haben wir denn da? Da fahren zwei Linien. Ja. Das sind zwei Linien. Das sind drei Züge. Das passt. Das ist nicht zu viel. Die sollten ungehindert dort fahren können. Mhm. Die fahren nach oben. Okay. Brauchen wir erstmal nicht weiter beachten. Es gibt sicherlich Wichtigeres. Zum Beispiel das. Das ist der ICE der auf einem Gleis fährt. Oh. Das ist nicht gut. Das sollten wir dringend mal ändern. Die behindern sich ja gegenseitig die Jungs. Ja. Das geht gar nicht. Also. Ein. Auf einem Gleis daneben. Ja. Die ICE oder den anderen welchen auch immer. Mhm. Kannst mal umstellen die Weiche. Die Seite. Hat aber nichts geändert. Ein. Gleich rüber. Ups. Jetzt ist er weg. Da kommt er offenbar nicht rüber. Also. Die andere Seite. Ja. Gut. Nimmst halt einen anderen Zug. Jetzt geht's. Sehr schön. So. Das hat sich dann auch erledigt. Die laufen wieder anständig. Ein Problem weniger. Was jetzt noch. Ah. Wieder mal ein kleiner Ruckler. Okay. So. Ah ja. Okay. Gut. Dann habe ich sie halt noch zurück geholt. Jetzt fährt auch wieder zwei Bahnen echte ICE. So passt das schon. Also. Umdrehen und weiter schauen wo es noch Probleme gibt. Das ist soweit in Ordnung. Ja. Der fährt auf zwei Seiten. Einmal links rum. Einmal rechts rum. Aber. Was ist das da? Die beiden Gleise sind leer. Wieso sind die leer? Ja. Da fährt er lang. Ja. Der blaue dürfte ein RE sein. Wo der ICE mit ihm zusammenfährt. Ja. Das ist soweit auch okay. Mhm. Der wird auch schön voll. Ja. Er wird schön voll. Ist gut. Mach weiter. Ja. Aber die sind leer. Und was machen wir dagegen? So. Notwendig. Da trifft der ICE wieder auf den grün. Das ist auch ein RE. Und der fährt wie schnell fährt er. Moment. Ist das wirklich ein RE? Kann ich leider hier nicht erkennen. Ne. Kann gar nicht sein. Das muss ein GV sein. Der ist natürlich viel zu langsam. Wie lange bleiben die denn auf einer Strecke drauf? Recht lange oder was? Ne. Da trennen sie sich schon wieder. Okay. Ist nur eine kurze Strecke. Das ist dann doch kein Problem. Was ist das für einer? Das ist ein RE. Ja. Aber der fährt auch schnell genug. 160 oder so. Das ist auch kein Thema. Und da fährt er wieder alleine. Also das könnte so bleiben. Aber. Trotz allem. ist das Gleis immer noch leer. So. Was haben wir hier noch? Mhm. Da könnte man einen Zug auf ein anderes Gleis schicken. Das mittlere ist glaube ich frei auf der Seite. Kann das sein? Ja. Das sind zwei Gleise. Aber das eine ist ein Durchfahrsgleis. Und damit sind doch alle belegt. Das geht also nicht. Könnten. Ja. Sie sind alle belegt. Dachte ich mir schon. Allerdings könnte man natürlich den Bahnhof aufrüsten. Auf mehr Gleise. Dann könnte man auch. Die ganze Geschichte ein wenig. Alleine fahren lassen. Nur würde das wirklich was bringen. Ist die Frage. Ne. Was mache ich denn da jetzt? Was? Aha. Ich wusste ihn also auf. Auf sechs Gleise. Na okay. Dann sind das die beiden Durchfahrsgleise dann. Und ganz außen hätten noch zwei neue Gleise. Na dann mach das mal. Das sind die beiden Gleise. Das gibt es auch noch zu gucken. Mach es einfach. Ja das ist ein Durchfahrsgleise. So funktioniert das nicht. Was klickst du denn da jetzt? Na jetzt ist es da wieder rum. Genau. Mach erst mal alles zu. Und dann machen wir das so. Das ist falsch. Das ist falsch. falsch. Das ist der Bahnhof, genau. Sechs Gleise und anwenden. Super Sache. So, jetzt fahren sie völlig falsch. Hast du gut hingekriegt. Nämlich alle auf einem Gleis. Toll. Jetzt hast du doch was gewonnen. Ne, zurück machen brauchst du es nicht mehr. Jetzt ist es halt so. So, aber hast du zwei Gleise mehr. Also nutze sie auch. Das eine ist leer und der blaue ist komplett weg. Toll. Der soll zum Umschlagbahn 1 fahren und 2. Die sind eigentlich recht wichtig, weil sie miteinander verbinden. Da bauen im Grunde alle anderen Linien auf dieser Seite darauf auf. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, die fahren natürlich ins Leere. Da ist kein Gleis mehr. Das heißt, sie müssen ein wenig weiter nach rechts. Wenn's denn was wird. Ja, mach die erstmal weg. Bringt sowieso nichts mehr. Wir kriegen die jetzt dran. Großflächig abreißen, bitte. Hm, dauert aber lang bei dir. Ja komm, was weg. Was soll's. Ja. Nein, den Bahnhof nicht. Da ist sie glaube ich noch ein kleines Gleis. Kann das sein? Da sehe ich doch noch irgendwas. Das müsste aber noch weggen. Sonst gibt es Probleme. Nein, da kommst du nicht rüber. Das geht nicht. Oh, es geht doch. Ne, unten ist falsch. Geht nicht. So, nicht. Da hab ich gesehen. Okay. Jetzt aber rüber. Vielleicht. Ne. Ne, das wird nix. Das wird nix. Was von da? Na ja, gut. Vielleicht. Ja, jetzt hast du es gesehen. Genau, das wird nix. Okay, dann. Zieh den mal mit nach oben. Das ist eh das Durchfahrtsgleis. Erstmal unwichtig eigentlich. Ja, schön lang ziehen, dass sie auf Geschwindigkeit kommen. So, und dann das nächste dahinter. Hm, vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Und jetzt rauf. Na komm. Super. Und jetzt das andere hinterher noch. Und dann haben wir die schon mal dran. So, und nun haben wir die anderen von da. Das ist ja schon eine Menge. Okay. Das geht auch. Super. Und jetzt musst du da wieder noch rauf. Sofern es denn funktioniert. Jawoll, es geht. Großartige Geschichte. Dann mal rauf. So, und nun die anderen letzten beiden. Das funktioniert so nicht. Bis da geht's. Okay. Da geht's auch noch. Ja, was willst du jetzt machen? Jetzt bist du da drauf. Toll. Und? Hm, so geht's aber nicht. Da ist da ständig die Kollision. Das wird wohl nicht funktionieren. Dann bist du wohl wegreißen müssen. Und ein neues Gleis legen. Ja. Jetzt ist schöner. Und nun ziehen nach unten. Na toll. Jetzt gibt's da einen schönen Abstand dazwischen wieder. Großartig. Aber gut. Wenn's nicht anders geht. Dann halt so. Das hat zumindest schon mal funktioniert. So, aber die ist... Ja, die Linie ist immer noch weg. Was tun? Ja, die ist weg. Toll. Da ist sie auch nicht. Da ist sie auch nicht. Wo geht's eigentlich hin. Nach da. Das müsste der zweite sein. Ne, ist der erste. Okay, dann waren wir eben beim zweiten. So, Linie auf. Das ist sie nicht. Linie auf. Die dunkelblaue. Genau die. So, da sind ganz schön viele Signale drauf. Oder viele Linienpunkte. Am besten du machst alle weg. Das hat so keinen Wert mehr. Das hat tatsächlich alles verändert. Das Beste wäre es, du machst alle weg. Was suchst du denn jetzt dann auch noch? Die Punkte oder was? Die sind weg, Junge. Gibt vielleicht noch die Bahnhöfe. Das war's dann auch schon. Ja, komm, sie ist ein. Da funktioniert das nicht. Da macht wenigstens die Punkte weg. Vielleicht nur die Bahnhöfe. Vielleicht geht das. Ja, da ist einer. So, was wirst du jetzt? Ah, jetzt suchen wir uns den Weg. Gut, auf welchem Gleis sind wir dann drauf? Auf dem Bahnhof? Na, welches Gleis haben wir? Das ist es. Okay. Dann zählen wir von 1 bis 4. Na komm, wo ist er denn? Der vierte. Das vierte Gleis. Ja, das ist der richtige Zug. Jetzt speichert. Jetzt speichert er wieder. Um Gottes Willen. Das muss ich unbedingt ändern. Das Speichern. Autosafe kann inzwischen komplett aus, glaube ich. Der ist seit Ewigkeit nicht mehr abgestürzt. Und da ist ein Linienpunkt. So, brauchen wir den nächsten Punkt. Da vorne. Aber er findet er nicht. Genau, endlich. Jetzt machst du es weg. Klick. 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 Weg damit. Kannst auch wegmachen. Ja, jetzt haben wir es doch gleich. So, und den letzten noch. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Es reicht nicht. Du musst alles wegmachen. So funktioniert es nicht. Ne, brauchst gar nicht zu. Es bringt nichts. Da ist nichts zu sehen. Komm. Genau. Den machst du auch noch weg. Und. Weiter. Reicht noch nicht. Du musst irgendwas falsch angeschlossen haben. Am besten machst du es komplett neu. Ja. Was suchst du denn jetzt? Da ist doch nichts. Okay. Mach es halt auf der anderen Seite. Die wird auch nichts bringen. Da kannst du noch dreimal zoomen. Und du besiehst trotzdem nichts. Jetzt. Ja, das ist der Zug. Den hatten wir schon. Das ist der Zug. Genau. Na, habe ich es gleich. Wie ist es denn? Das ist der Zug. Das Gleis. Richtig. Da sind wir. Da sind wir. Da sind wir. Genau. Da. Da sind wir langgefahren. Und. Wo ist der Zug? Okay. Weiche mal kurz geändert. Sofern es was bringen könnte. Das tut es aber nicht. Da machen wir den Linienmanager nochmal auf. Aha. Wir sind also neben dem grünen langgefahren. Das. Genau. Das war unser Punkt. Da. Könnten wir mal kurz schauen. Ja. Ist schon weicher an. Da wo es leer ist. Sind wir vorher langgefahren. Na. Musst du jetzt. Bist du da oben lang? Das ist er noch nicht. Muss weiter nach vorne. Noch weiter. Noch ein Stück. Weiter. Das ist er auch noch nicht. Ist er das? Das könnte er sein. Nein. Noch ein Stück höher. Ja. Na endlich. Jetzt machst du alles weg. Das ist unser Bahnhof. Da fangen wir an. So. Und dann. Wo gehen wir jetzt lang? So. Erstmal das Tailmittel vorgeben. Genau. Perfekt. Super. So. Und nun. Fahren wir hier lang. Und dann festnehmen wir es lang. Darauf bringt nichts. Kommen wir jetzt. Kommen wir irgendwie auf die Mitte rauf. Nein. Von da nicht. Falsches Gleis. Na wo wirst du denn jetzt lang? Da. Ok. Dann fahren wir da lang. Ich würde ganz gerne auf das mittlere raus. Wäre schön. Das äußere bringt mir eigentlich gar nichts. Nur wie kommen wir da rauf? Darüber? Hm. Toll. Da ist er gut hingekriegt. Jetzt fährt er noch schneller auf das eine Gleis rauf. Anstatt weiter auf 2 zu fahren. Super. Das war nicht so der Burner. Jetzt solltest du vielleicht mal dran wieder was arbeiten. Ich meine. Da fährt er auf 2. Und dann auf 1. Und dann wieder auf 2. Das ist ein Blödsinn. Ja. Aber aufs mittlere kommt der Topf nicht rauf. Das mittlere da wär schön. Das ist eh ein Durchfahrtsgleis. Wobei die... Ja das andere ist auch eins. Aber dann stört ein Blödsinn. Die CE ist so doof. Ja. Da ist komplett leer. Irgendwie musst du auf das Gleis rauf. Genau da. So. Nur wie. Jetzt gib ihm endlich mal ein richtiges Gleis davor. Und dann legst du am besten ein neues und gehst drüber. Das bringt auch nichts. Da steht nicht was zu machen. So. Da bist du da drauf. Und dann? Ja. Das Gleis. Reicht noch nicht. Du musst da rüber. Komm jetzt. Neues Gleis. Einfach rüber. Von rechts nach links. Genau so stelle ich mir das vor. Aber... Das geht. Läuft nicht. Du hast da noch so eine Führung. Die muss wohl erst wegmachen. Dahinter? Hm. Die Geschwindigkeit wird nicht reichen, ne? Viel zu langsam. Ja. Das ist nicht genug Geschwindigkeit. Hm. Hilft nichts. Du musst den einen Wegpunkt dort wegmachen. Na endlich. Er sieht es ein. Ne? Treffen muss gelernt sein. Jetzt hat es endlich. Puh. Schwere Geburt. So. Jetzt aber. Ja. Kennst du das Gleis noch? Das war das linke. Ja. Das wollen wir haben. Genau. Was guckst du denn da lang? Ja. 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 Genau. Und jetzt. Jawoll. Du hast es noch ein bisschen höher gezogen. Geschwindigkeit etwas mehr. Ja. Sehr schön. Jetzt. Jetzt bist du auf den richtigen Weg. So wollen wir das haben. Okay. Und dann. Was? Das war doch nichts. Was ist gemacht? Hab ich jetzt nicht gesehen eben. Okay. Jetzt sind wir drauf. Sehr schön. Da haben wir schon was dran. So. Dann sollten wir da drauf sein. Das ist auch der Zug. Jawoll. Also sind wir hier richtig. So. Dann weiter geradeaus. Ja. Da kann er auch langfahren. Alles kein Problem. Das ist der Zug. Wo ist denn der jetzt hin? Hm. Komisch. Auf jeden Fall in diese Richtung weiter. Aber das ist noch nicht der Bahnhof wo wir hin wollen. Noch weiter nach oben. Das wird schon alles an sein. Brauchst du nicht kontrollieren. Das haben wir schon am Anfang gemacht. So. Genau. Man sind da viele Weichen. Das wäre der Wahnsinn. So weiter nach oben. Gleich müssten wir den Bahnhof erreicht haben. Ist der da schon? Kann man sich gar nicht vorstellen. Nein. Nein. Oder war das doch? Nein. Wir müssen noch weiter nach oben. So. Das ist alles schon an. Weiter. Der nächste könnte es sein. Nein. Nein. Das ist er nicht. Geh einfach weiter nach oben. Na. Wo bist du denn da lang gegangen? Nehmen den grünen lang. Richtig? Ja. Ah. Ja. Gut. Setz mal einen Wegpunkt. Das ist nicht schlecht. Da hat man das schon mal. Dann fahren die wenigsten richtig die Züge. Und der nächste ist es. Der hier müsste es sein. Jawoll. Und die Linie ist da. Super. Dann dreh dich nochmal um. Und schau mal nach. Ob alles richtig läuft. Vielleicht gibst du noch ein, zwei Punkte fest rein. Damit du auf Nummer sicher gehst. Ah. Guck mal. Hier. Das ist falsch. Zurück. 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 Jawoll. Da. Beim grünen. Da soll er rauf. Ganz genau. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Ja. Das können wir so lassen. Dann geht es weiter. Aber hier müsste eigentlich wieder zwei Bahnhof nicht. Das ist nicht so schön. Ja. Ja. Gibt nochmal einen. Hm. Geht das nicht früher zweibarnig? Ne. Da glaube ich keine Weiche gewesen. Hier wird ja hinten. Okay. Aber da können wir nochmal zweibarnig fahren. Das ist auch sehr schön. Das ist ein Durchfahrtsgleis. Das kannst du eigentlich so lassen. Achso. Okay. Das geht auch. Wieder einmal Speichern abwarten. Hm. Trotz der SSD Platte dauert es ziemlich lang mit dem Speichervorgang. So. Ja. Gib ihm nochmal den Punkt. Dann kann er da nicht abweichen. So. Und hier sind wir wieder auf dem Durchfahrtsgleis. Da sollte es ihm vielleicht auch nochmal einen Punkt geben. Denn da fährt er nur ein Bahnhof nicht lang. Hast du nicht gesehen. Okay. Das muss ich dann wohl machen. Und da endet das dann auch schon. Ja. Das passt. Der Rest ist okay. Aber das eine mit dem Durchfahrtsgleis. Das sollte ich dann wohl nochmal lösen. Sonst stören die sich wieder gegenseitig. So. Okay. Bis dahin war es nicht schlecht. Ja. Zeit ist noch oben. Ich hoffe ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und bis dahin. Schönen Tag. Ciao. Ciao. Ich hoffe ihr seid. Ich hoffe ihr seid.